Simon, jetzt schau doch mal genau hin! Nein, 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 nein! Schau doch mal genau hin! Na, die Nase ist die von Isabella d'Este. Oh, mich erinnert sie vielmehr an diese Beatrice, Jan Kontisforzers Hof damals, erinnert ihr euch? Sie! Ja, die hatte dieselben stechenden Augen. Die Hände allerdings sind die von einer groben Dienstmacht. Was willst du damit sagen? Wen zeigt das Bild? 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 Wie und was zeigt dieses Bild? Das schon jetzt als Wunder gilt. Diese Frau kennen wir nicht. Doch vertraut ist ihr Gesicht. Irgendwie ist sie bekannt. Wie zeigt das Bild? 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 Wen zeigt das Bild? Wen zeigt das Bild? Schaut doch hin, das bin ja ich! Könnt es sein? Vielleicht, vielleicht! Wen zeigt das Bild? Dass sie nicht nur einer gleicht? Wen zeigt das Bild? Wen und was zeigt uns das Bild? Was hat er dabei gefühlt? Was macht sie so attraktiv? Und wieso schaut sie so schief? Ewig bleibt sie lezuhart Ewig strahlt aus ihr die Kraft Keine gibt sie, sie erreicht Keine gibt es dir gleich Was du da zusammenspielst Alles nur ein Hirngespit! Wen zeigt das Bild? 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 Vielen Dank.